Ich begrüße euch in mein Tagesenergie am 1. August 2017. Möchten wir etwas haltbar machen oder etwas befestigen oder möchten wir die Stabilität, dann eignet sich ganz gut die Zeitpunkt etwas Neues zu beginnen. Und dieser Vorteil haben die Skorpiongeborenen, die Fischengeborenen, die Krebsgeborenen, die Stiergeborenen und auch die Jungfraugeborenen. Die Steinbockgeborenen haben noch Hindernisse oder eine gerechtliche Situation, wo die Steinbockgeborenen noch Einschränkungen haben. Auf jeden Fall etwas empfinden die Steinbockgeborenen als ungerecht. Diese Ungerechtigkeit beschäftigt auch die Wagengeborenen. Bei einem Neuanfang etwas befestigen, etwas in Ordnung zu bringen, haltbar machen diese Stabilität, dieser Wunsch haben auch die Wiedergeborenen, auch die Schützengeborenen und auch die Löwengeborenen. Bei Wiedergeborenen sind noch Unklarheiten da und sie sollten noch etwas überprüfen. Bei Löwengeborenen sind es noch Einschränkungen und sie sollten auch noch nichts Neues beginnen, sondern abwarten in einer besseren Zeitqualität. Und bei Schützengeborenen kommt in kommenden Tagen etwas in Bewegung. Wo eine wichtige Nachricht zum Erwarten ist oder Termine, Gespräche und ein Vertrag, und es kann auch einen Arbeitsvertrag bedeuten, das trifft in erster Linie die Jungfraugeborenen. Wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreis zeichnet, das erkläre ich in meinem Tageshoroskop. Und das war mein Tagesenergie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.